self desperation ihre süße verzweiflung nicht weniger als vier tassen tee lehrt jördis bevor sie sich auf den weg in die innenstadt begibt die trinkmenge ist bewusst gewählt da ihr das gefühl der prall gefüllten blase den absoluten lustkick verschafft soll diese sich schnell und bis an ihre grenze füllen unterwegs steigen sowohl der druck als auch die erregung jetzt unermessliche diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt de